So, einen wunderschönen guten Tag und moin moin von mir. So, unsere Verlosungsaktion ist mittlerweile schon wieder ausgelaufen, die nächste. Langsam aber sicher laufen auch alles aus, weil unsere super Sommeraktion ist natürlich langsam aber sicher bald jetzt auch vorbei. Ganz genau, denn der Sommer geht ja auch langsam dahin sozusagen und der schöne Herbst kommt. Aber jetzt geht es noch einmal richtig cool los, denn wir haben die 10x2 Gewinner für den Schwarzlichthof in Bremen. So sieht's aus. Haben wir gezogen. Genau, wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ganz genau. Alle Gewinner haben mittlerweile schon eine E-Mail bekommen, dort stehen natürlich auch die Kontaktdaten drin zu Jessica Witt, die das bei uns im Hause hier macht, damit alle glücklichen Gewinner auch die Karten bekommen. Entweder postalisch oder diejenigen kommen hierher und holen es ab, gibt es noch ein cooles Foto, machen wir dann noch alle zusammen. Und wir hätten natürlich auch gerne coole Fotos vom Event, wobei ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn man jetzt im Schwarzlicht ein Foto macht. Also ich lasse mich überraschen, wie das nachher aussieht. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Mit Blitz wird es schwierig sein, also es muss ohne Blitz irgendwas sein. Ja, aber ich glaube, das sind kreative Herausforderungen, das packen die Gewinner. Genau, schon bin ich mir felsperf. Aber das wird ein mega krübeln. Das ist ja auch ganz cool. Aber von daher, wir haben ganz genau allen die Daumen gedrückt und jetzt geht es daran, die Karten abzuholen hier. In dem Sinne, allen auf jeden Fall viel Spaß. Und die erst jetzt sehen, allen einen schönen Tag und wir sagen bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.